Ja, hallo zusammen. Ich begrüße hier bei uns in den Büroräumen von CapTrader in Düsseldorf ganz herzlich Alexander Eichhorn, der extra den weiten Weg hier in den Westen Deutschlands auf sich genommen hat, um sich mit uns zu treffen, uns zu besuchen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Und wir gehen nicht nur gleich zusammen zum Handball, weil die Europameisterschaft startet, sondern wir wollen natürlich auch ein bisschen arbeiten und deswegen machen wir hier ein, zwei Interviews. Wir haben uns ein paar Fragen überlegt und wollen damit jetzt gleich starten. Also, viel Spaß dabei. Ich habe eine interessante Frage, denke ich, wo ich direkt mit starten würde, und zwar das Thema Volatilität. Das ist ja in aller Munde und muss man ja gerade beim Trading beachten. Egal eigentlich, welche Asset-Klasse man handelt, aber natürlich auch besonders bei Optionen. Jetzt gibt es ja auch den VIX. Kannst du kurz erklären, was ist der VIX? Was steckt dahinter? Erstmal danke für die Einladung für das Video. Ja, Volatilitätsindex, Handel, oder was ist erstmal die Volatilität? Also, Volatilität ist eigentlich, ich mache es mal sehr unmathematisch, die erwartete Schwankungsbreite. Man sagt auch so formuliert, das Angebot, Nachfrage, Verhältnis von Optionen. Ganz generell kann man sagen, langweiliger Bullenmarkt wird wenig Schwankungen eingepreist, im S&P 500 beispielsweise. Wenn halt Bärenmarkt ist, Corona, Krise und Co., dann wird viel Schwankungsbreite eingepreist, viele Optionen werden nachgefragt, und dann sind die Optionen halt auch teurer. Und was ist jetzt dieser VIX? Volatilität gibt es von jedem Instrument, was Optionen hat. Also, wenn ich Optionen habe, dann kann ich darauf die Volatilität berechnen, die sogenannte implizite Volatilität. Und es gibt halt auch S&P 500 Optionen. Und der VIX ist ein Index, den kann ich selbst zwar nicht handeln, aber der genau diese Volatilität vom S&P 500 Optionen widerspiegelt. Das gibt es aber auch mit dem VDAX NUO, vom DAX, von Hang Seng, also jeder große Aktienindex hat eigentlich auch einen dazugehörigen VOLA-Index. Der VIX ist halt der bekannteste, weil er ist im P 500 der wichtigste Leitindex der Welt. Ist jetzt gerade die Volatilität hoch oder eher niedrig? Also, Stand Video von heute, Öffnungsspiel vom Handball, ich glaube 10. Januar soll, ist die Volatilität relativ gesehen niedrig. Kann natürlich immer noch weiter fallen. Der VOLA-Index wird mit Punkten bepreist. Also, 0 bis theoretisch unendlich. 0 wird es, ich sage niemals nie, aber wird es vermutlich nicht geben. Meistens sagt man, so tief ist es halt bei 10, weil selbst, gerade ist der S&P halt relativ langweilig, minus 0,2 plus 0,3 Prozent am Tag. Ja, irgendwie eine Grundschwankung wird es halt schon geben. Deswegen ist meistens so der Deckel nach unten drauf bei 10. Nach oben kann es theoretisch bis unendlich gehen. Rechnerisch auch nicht, weil irgendwann macht der Handel zu, bei minus 20 Prozent spätestens. Ja, das sagt man also, die Hochste ist ungefähr bei 100. Da muss es aber schon richtig abgehen. Corona-Krise 80, Finanzkrise 2008, 2089. Genau. Wie kann man denn jetzt den VIX handeln? Welche Produkte gibt es denn da oder welche Möglichkeiten? Also, erstmal ist es ja die Volatilität von S&P 500 Optionen. Wenn die Volatilität hoch ist, sind die Optionen teurer. Dann kann ich natürlich sagen, ich verkaufe erstmal generell Optionen bei einem hohen WIX. Ich weiß natürlich, WIX von 80 ist relativ gesehen hoch. Er kann da aber theoretisch immer noch auf 150 steigen. Das muss ich mir natürlich bewusst sein. So könnte ich schon mal indirekt die Volatilität haben. Ansonsten wäre es halt auch möglich über verschiedene Produkte auf die Volatilität. Der WIX Index selbst ist nicht handelbar. Es gibt aber WIX Futures darauf und Optionen. Das sind so die offiziellen Terminprodukte. Genau, WIX Futures kann man ja in der TWS so behandeln. Oder Optionen, Optionenmultiplikator 100, wie bei Aktien. Beim Future, ich sage es nochmal ganz grob, die Multiplikatoren ist es beim großen Future, beim WIX Future 1000, was halt schon ein Wert ist. Also ordentlich, ja. Ein WIX Punkt, 1000 Dollar. Es gibt aber mittlerweile TWS-Kürzel VXM, auch einen kleinen, das ist auch der Multiplikator von 100. Und es ist ein ganz normaler Future-Handel, Optionshandel. Kann ich Long, Short gehen mit Optionen, Butterfly, Short Pulls, Bull Call Spreads, alles mögliche handeln. Okay, ja. Also sollte man jetzt eher, ich sage mal, eine Long-Strategie auf den WIX fahren oder eher den VX Shorten, wenn er hoch ist? Also was würdest du eher machen oder was handelst du gegebenenfalls? Die berühmte Antwort, das kommt darauf an. Ja, also Volatilität Longing ist halt ein super Vehikel, um auch ein Portfolio zu hatchen, weil WIX wird halt meistens ansteigen, wenn der Aktienmarkt nach unten fällt. Man muss auch wissen, der WIX wird vermutlich viel, viel, viel schneller ansteigen Prozent, als der S&P 500 fällt. Also es kann nochmal sein, dass der WIX plus 100 Prozent an einem Tag macht. Das kam schon vor, obwohl der S&P 500 nur minus 5 Prozent macht. Wann war das? Zu Corona oder? Ja, 2018 im Februar. Ach, dann. Das ist ein Flash Crash, als auch einige andere Produkte auf die Ola so eingekracht sind. Genau, Corona-Crash ist natürlich auch extrem angestiegen. Ja, das kann ich natürlich machen. Und wie könnte ich denn dann handeln? Long Call, WIX Future, Long Bull Call Spreads, Kalender Spreads, das kann ich natürlich ganz viel machen. Könnte aber auch die Volatilität shorten. Muss mir natürlich nur bewusst sein, dass das 1 zu 1 ein Korrelationsrisiko ist, wie eine Aktie Long im meisten Fall. Ja, kann man machen. Man muss sich ja nur dem Risiko bewusst sein. Generell ist es natürlich so, dass ich mit Volashort dauerhaft mehr Geld verdienen werde, weil die Volatilität meistens fällt oder gleich bleibt. Ja, das muss ja in allem bewusst sein. Das Risiko, aber halt auch die Chance. Okay. Gibt es da bestimmte Strategien, die du bevorzugst oder welche sollte man in der Regel nutzen? Also ich meine, du hast jetzt Kalender Spreads und so schon erwähnt, aber... Also es gibt auf jeden Fall ein paar No-Go's, würde ich sagen, also jetzt gerade so blind die Volashorten wäre ich vorsichtig, jetzt beim WIX von 12 einfach mal ein Future zu shorten, dann kann es bis 80 gehen. Ein großer Multiplikator, bis 70.000 Donner reden wir da ganz schnell. Also ich würde generell, was den Volatilitätshandel angeht, auf jeden Fall, wenn ich ein WIX Future shorte, mache ich eine Option darüber oder beziehungsweise 10 Optionen dann, dass das selten passt. Ja, oder wenn ich jetzt halt auch einen Short-Call drauf mache, das würde ich halt nicht machen. Ich würde halt Bear-Call-Spreads machen. Okay. Das ist auf jeden Fall immer eine Long-Option dazu, gerade wenn die Gefahr besteht, dass der WIX ansteigt. Ansonsten kann man auch ganz gut mit Kalender Spreads, das ist kurz das Video sprengen, ich sage es nur ganz kurz, arbeiten, indem ich die Contango-Kurve, die Abstand zwischen den Futures ganz gut spiegle. Dann kann ich schon profitieren, wenn da einfach nur der Abstand zwischen den Futures kleiner wird. Also da gibt es ganz viele mögliche Strategien, aber ich würde auf jeden Fall vorsichtig, gerade mit Wohler blind vorzugehen. Okay. Jetzt bietet die Trader Workstation ja verschiedene Tools auch, auch bezogen auf die Volatilität. Ich habe ja für das letzte Magazin auch einen Gastbeitrag geschrieben über Volatilität Lab und so. Also nutzt du solche Tools auch oder sagst du, es ist eher was für Experten oder für die, die sich nochmal irgendwie zusätzlich informieren möchten, oder? Ja, also man kann ja viele Dinge, also ich nutze es selbst eher nicht, aber man kann ja auch mal im Konto schauen. Ich glaube, da ist ein Risk-Savigator oder sowas. Was passiert, wenn die Wohler auch ansteigt, kann ich ein bisschen mit dem WIX spielen. Das sind natürlich 1000 Annahmen, muss man auch wissen. Was ist dann ein Szenario? Genau, wenn der WIX halt um 30% ansteigt, das sind halt viele Dinge, die halt auch sehr viele Grundannahmen, die ich dann treffen muss, also ein bisschen Glaskugel lesen. Also generell nutze ich nicht, klar, den Option-Trader nutze ich sehr stark, logischerweise. Klar. Wenn ich WIX-Optionen handele, ansonsten, ich wollte kurz Werbung machen, WIX Central ist auch eine ganz gute Seite, VIX, sondern Central mit C, die man dann nutzen kann. Kann ich aber auch an der TBS anschauen, wie die WIX-Futures zueinander stehen. Ja, okay. Welche Gefahren gibt es denn beim Handeln mit Volatilität? Auf was sollte man da achten? Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Wohler-Shorten würde ich dann aufpassen, weil der WIX von 12 innerhalb von Tagen auf 50 steigen kann. Und das kann ein Konto explodieren, also Rachen dann. Muss man auch noch bedenken, was wird dann auch gleichzeitig passieren. Also meine WIX-Short-Positionen werden ins Minus gehen, die Aktien werden aber auch ins Minus gehen, in dem gleichen Zuge. Die Margin wird vermutlich auch angezogen, zu Recht von IB, zu Recht. So, und dann ist halt das ultimative Szenario erreicht, Margin vielleicht verdoppelt, das kamen alle schon vor. Positionen gehen ins Minus, dann komme ich ja ganz schnell in den Margin Call, also da würde ich halt auf jeden Fall höllisch aufpassen. Auch wenn ich die Volatilität long gehe als Hedging, muss ich halt auch wissen, das wird dann meistens nicht passieren. Also wie oft kracht es, alle drei, vier Jahre vielleicht. Und da ein Timing zu treffen, ist extrem schwierig. Da könnte man dann sowieso mit Ratio-Spreads arbeiten, das wird halbwegs finanziert. Aber halt auch um die Wohler long zu gehen, ist halt ein Hedging, der kostet meistens Geld. Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank, Alex, für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Wenn ihr auch noch mehr Fragen habt zum Thema Volatilität, könnt ihr euch natürlich jederzeit an uns auch wenden. Wir haben ja auch viele Videos dazu. Alex und Max haben viele Videos auch zu dem Thema gemacht. Auch natürlich auf eurem eigenen Kanal gibt es ja sehr, sehr viel dazu. Blogbeiträge, die auch zum Teil ja bei uns auch veröffentlicht werden. Ja, schaut da einfach mal nach. Ich denke, da gibt es genug Material, um dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, wir unterstützen euch da gerne dabei und möchten euch natürlich auch dabei helfen, erfolgreicher zu werden. Ja, vielen Dank, Alex. Gerne.